Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh, er hat den Gleiter, er hat den Gleiter, wie geil, er hat den Gleiter. Ja, mega. Er hat den Gleiter. Ja, das war dann ich da hinten. Was macht der denn? So, da ist er. So geht der Gleiter. Ah, er macht wieder zu. So sieht der Gleiter aus. Da geht der Gleiter wieder auf und jetzt sehen wir ihn, diesmal glaube ich, in der richtigen Perspektive. So sieht es. in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Gameplays Vorstellung von Skins Mit mir die man gleich haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss